Hallo Freunde, kurz vor meinem Film, Boss, kurzer Video, meine Freunde, Lano beleuchtet seine ganze Familie als HS, er meint seine ganze Familie als HS, verdammt nochmal, Lano, was ist denn los, ist deine Familie, ok, dein Opa hat dich beklaut, keine Frage, sowas geht gar nicht in der Familie, aber ist immer noch deine Familie, überleg mal, wenn die Freunde, wenn alles weg ist, Fame, Geld, wenn du irgendwann ganz alleine sitzt, und keiner ist müff da, deine Familie ist immer für dich da, man sollte schon ein bisschen Respekt vor seiner Familie haben, und Geld ist nicht alles, Lano, Lano, komm mal wieder ein bisschen klar, Mann, Geld ist vergänglich, Geld kommt, Geld geht, dann kann man auch irgendwie an der Familie auch verteilen, wenn sie ein bisschen Geld klauen, übertreibst ein bisschen, denk an meine Worte, irgendwann, wenn du alleine dastehst, und niemand mehr hast, dann wünschst du, dass deine Familie wieder da ist, verdammt nochmal, meistens deine Großeltern, vielleicht hast du ihnen auch nichts gegeben, und deshalb haben sie nicht geklaut, was auf jeden Fall nicht gut ist, aber es wäre vielleicht eine Erklärung, ok, meine Freunde, es war so wie ein Flüllen, aber vielleicht nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde